Papa, dürfen wir Mama bei Call of Duty zuschauen? Nein. Fick dich, du Fettsack. Mama Wutz hat heute noch keinen Kill in Call of Duty gemacht. Mama, dürfen Schorsch und ich Call of Duty zocken, während du reinsackst? Ja, wenn ihr die Schnauze hält. Peppa und Schorsch schauen Mama sehr gern bei Call of Duty zu. Mami, dürfen wir jetzt Fortnite Battle Royale spielen? Von mir aus können wir das gerne später spielen. Erstmal muss ich eine Nuklear machen. Mama, dürfen wir mithelfen? Nein, Peppa, du kleine Schlampe, du bist adoptiert. Und Schorsch, du bist auch adoptiert, du Hurensohn. Ja, Schorsch. Das stimmt wirklich. Oh mein Gott.